Kann rausgehen. Hast du dein Mikro angemacht? Sehr gut. An den Ufern der Havel lebte um die Mitte des 16. Jahrhunderts ein Rosshändler namens Michael Kohlhaas. Sohn eines Schulmeisters, einer der rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit. Dieser außerordentliche Mann würde bis in sein 30. Jahr für das Muster eines guten Staatsbürgers haben gelten können. Er besaß in einem Dorfe, das noch von ihm den Namen führt, einen Meierhof, auf welchen er sich durch sein Gewerbe ruhig ernährte. Die Kinder, die ihm sein Weib schenkte, erzog er in der Furcht Gottes zur Arbeitsamkeit und Treue. Nicht einer war unter seinen Nachbarn, der sich nicht seiner Wohltätigkeit oder seiner Gerechtigkeit erfreut hätte. Kurz, die Welt würde sein Andenken haben segnen müssen, wenn er in einer Tugend nicht ausgeschweift hätte. Das Rechtgefühl aber machte ihn zum Räuber und Mörder. Ein Ausschnitt aus Michael Kohlhaas. Von Heinrich von Kleist habt ihr da gehört. Über diese Novelle werden wir heute sprechen bei Blaubart und Ginster. Und vorgelesen hat diesen kleinen Auszug ein Mann, mit dem ihr Pferde aus der Tronkenburg stehlen könnt. Mario Osterland. Warme Worte wie immer zum Beginn vom Friedensrichter zu den Vier Linden, Ralf Schönfelder. Moin, moin Mario. Ich hoffe, du bist glücklich. Du hast es endlich geschafft. Ich habe es geschafft. Du hast mich dazu gebracht, einen deutschen Klassiker zu lesen. So ist es. Ich bin normalerweise etwas vorsichtig bei den Klassikern. Wir haben, glaube ich, schon einmal darüber gesprochen. Es ist nicht unbedingt meine Lieblingsepoche. Ich habe natürlich das eine oder andere gelesen. Manches hat mir auch gefallen. Der Faust von Goethe. Tatsächlich. Hat mir gefallen, ja. Wow. E.T.A. Hoffmann mag ich sehr gerne. Die Serapionsbrüder, eine sehr schöne Sammlung. Ohne geht es nicht. Bergwerk zu Verlunen magst du auch. Sehr gut, ja. Genau, ja. Aber ansonsten, ja, habe ich noch nicht so einen großen Gefallen an dieser Epoche gefunden. Jetzt habe ich den Michael Kohlhaas auf deine Anregung gelesen, habe mich auch vor allem auf den Text selbst beschränkt, habe jetzt nicht so viel mich mit Sekundärliteratur beschäftigt, aber mit einem Auge doch mal in die Rezeptionsgeschichte geschaut. Und da ist was ganz Interessantes, was ich gern gleich mal zum Anfang loswerden möchte hier. Das hat mich nämlich sehr verwundert und irritiert, zu lesen, dass in der Laufe der Rezeptionsgeschichte diese Figur des Michael Kohlhaas in Deutschland von politischen Fraktionen, die sich sehr weit voneinander entfernt wähnen, diese Figur als Verkörperung einer Tugend, als Held, als eine positive Figur wahrgenommen wurde. Und das hat doch einmal mehr starkes Befremden in mir über meine Landsleute oder sagen wir mal wenigstens einen Teil meiner Landsleute ausgelöst. Denn ich bin gespannt, wie es dir geht. Für mich ist der Michael Kohlhaas ein sehr gutes Beispiel einer negativen Hauptfigur, also einer unsympathischen Hauptfigur, was gar nicht schlecht ist. Also heute denken ja die Leser oft, ein Buch ist nur gut, wenn man die Hauptfigur mag. Das ist ja Blödsinn. Es ist eine interessante Figur. Ich habe zum Beispiel überlegt, Louis Ferdinand Céline hat auch unsympathische Hauptfiguren. Die sind mir nicht so unsympathisch wie Michael Kohlhaas. Die wissen wenigstens, dass sie Schweine sind, während Kohlhaas das nicht weiß. Das so als kleiner erster Eindruck von mir. Na, das ist schon eine kernige Erstsetzung, die du hier bringst. Aber du magst das Buch sehr und du magst auch Kleist sehr gern, richtig? Ja. Naja, ich bin so Kleist-Fan über Umwege sozusagen. Also ich habe lange darauf hingewirkt, dass wir bei Blaubart und Ginster die deutsche Klassik mal wieder irgendwie zum, mal wieder einen Platz einräumen. Und das liegt daran, dass ich, sehr spät bin ich erst auf Heinrich von Kleist gekommen und zwar über den Umweg Franz Kafka. Ich hatte an der Uni ein Kafka-Seminar und dort so ein Close Reading gemacht von einem Landarzt. Eine meiner liebsten Erzählungen von Kafka. Und da geht es ja darum, dass also nachts bei Wind und Wetter oder bei tiefem Schnee ein Landarzt eben aus dem Bett geklingelt wird. Er soll ins Nachbardorf fahren, wird da zu einem dringenden Fall quasi zu einem im Sterben liegenden Patienten gerufen. Und nun finden sich aber keine Pferde, mit denen der Schlitten angespannt werden kann, damit der Landarzt ins nächste Dorf fahren kann. Dann gibt es aber einen Knecht auf diesem Hof, wo dieser Landarzt übernachtet. Und dieser Knecht öffnet einen Schweinestall. Und aus dem Schweinestall kommen zwei Pferde hervorgesprengt. Und dann heißt es quasi, man weiß ja gar nicht, was man im eigenen Hause vorrätig hat. Und da hatte damals der Professor uns dann doch darauf hingewiesen, seht ihr, und so hat Franz Kafka 100 Jahre später die Pferde aus dem Schweinekoben befreit, die Heinrich von Kleist dort hat einsperren lassen. Und diese Intertextualität hat mich derartig fasziniert, dass ich dachte, okay, es ist jetzt endlich mal Zeit, Heinrich von Kleist richtig zu lesen. Und dann bin ich auf die Prosa gekommen und ich war wirklich elektrisiert, weil ich habe sofort verstanden, warum Kleist einer der absoluten Lieblingsautoren von Franz Kafka war. Das kann man auch am Kohlhaas sehr gut belegen. War wohl auch der liebste Text Kafkas von Kleist tatsächlich. Ah ja. Also ich bin jetzt kein Riesenfan von Kleist, aber ich bin doch sehr, sehr angetan und kann es verstehen sozusagen, was für ein Gewicht die Prosa in ihrer Nachwirkung hatte. Okay, das ist sehr interessant. Also wie gesagt, genau solche Informationen über den Kontext, vielleicht auch über die Entstehungsgeschichte, die freue ich mich schon heute von dir zu lernen. Und mein Lieber, wollen wir vielleicht, bevor wir einsteigen, noch ein kleines Lied hören? Unbedingt, das sollten wir tun. Ich glaube, du hast was ganz Passendes mitgebracht, was schon mit der Kafka-Annecdote einhergeht. Genau, ich habe was mitgebracht. Die Hörerinnen und Hörer wissen ja vielleicht oder ahnen vielleicht, dass ich ein großer Freund dieser YouTuber bin, die so mit einer Gitarre in der Hand Akustik-Cover von berühmten Liedern spielen. Und meistens finde ich auch die gut, die gar nicht mal so super professionell sind, sondern die also nicht unbedingt Feelings faken, sondern die das mit einem tatsächlichen Herz sehen. Die nicht einfach nur Content erstellen. Genau, die nicht nur zeigen wollen, dass sie Gesangsunterricht genommen haben und alle Töne hoch und runter singen können. Und einer meiner liebsten YouTuber ist ein älterer Herr namens Frank Watkinson. Der sitzt immer so mit seiner Gitarre vor der Kamera, hat da so ein Peace-Zeichen auf der Gitarre. Ich nehme an, hat viele der Lieder, die er covered, schon in den 60ern gehört. Und der hat eine sehr schöne Version von Wild Horses von den Rolling Stones erstellt. Und die hören wir uns jetzt an. Super. Gerhardt-Livin' It's easy to do, the things that you wanted, I brought them for you. Graceless lady, you know who I am, you know I can't let you slide through my hand. And wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. I know I have dreamed you, a sin and a lie. I have my freedom, but I don't have much time. Faith has been taken, tears must be cried. Let's do some living, after we die. Wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses will ride them someday. Das war Mr. Frank Watkinson mit einer Coverversion von Wild Horses. Im Original von den Rolling Stones. Ihr hört Blaubart und Ginster. Und heute geht es um Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist. Mario, wir haben ja schon mal Kleist ein bisschen gestreift in dieser Sendung. Und zwar, als wir über Christa Wolf gesprochen haben. Kein Ort nirgends. Dadurch habe ich ein ganz kleines bisschen über die Biografie von Kleist schon erfahren und weiß natürlich das spektakuläre Ende seiner Biografie. Aber ansonsten weiß ich gar nicht viel über sein Leben. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Ich versuche es mal. Also natürlich das spektakuläre Ende, das kennen viele. Das ist ja auch in unserer Christa Wolf Sendung zu ihrer Novelle kein Ort nirgends ein zentrales Thema gewesen. Naja, aber es gibt noch eine Menge andere Dinge eigentlich bei Kleist zu beachten. Gerade auch im Hinblick auf Michael Kohlhaas, das wir dann später besprechen wollen. Und es gibt eben nicht nur diesen Doppelselbstmord am Ende seines Lebens, sondern eine sehr merkwürdige... Also sein Leben ist keine Erfolgsgeschichte, um das vielleicht gleich mal so zu sagen. Es gibt auch gar nicht so viele gesicherte Informationen über seine Biografie. Bis heute lässt sich das Leben von Kleist nicht lückenlos rekonstruieren. Und gemessen daran ist er aber neben Goethe und Kafka wahrscheinlich einer der besterforschten kanonischen Schriftsteller der deutschen Sprache. Also das ist schon so eine widersprüchliche Gemengelage, die sich irgendwie nicht nur durchs Leben durchzieht, sondern auch durchs Werk. Das ist schon mal ganz interessant. Ich habe versucht, so ein bisschen den Fokus jetzt mal auf die Anfänge zu setzen. Ich weiß, du magst es immer nicht so sehr, wenn man so Kindheit und Jugend von Autorinnen und Autoren benutzt, um spätere Werkdeutungen anzustreben. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Kann man das über mich behaupten, nur weil ich in Biografien prinzipiell alle Kapitel zu Kindheit und Jugend überspringe? Naja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich nehme es zurück irgendwie. Aber da hat uns die Psychoanalyse hingebracht. Okay, ja, ja, das fürchte ich auch. Genau, ja. Und das ist auch ein kleiner Spoiler-Alert von der Weg. Psychoanalytische Deutungen bei Heinrich von Kleist sind wirklich Hanebüchen. Also das ist wirklich, das lassen wir heute komplett aus. Wieso betonst du extra bei Heinrich von Kleist? Nein, okay, jetzt aber weiter. Naja, weil es durchaus literarische Werke gibt, die in der Folge der Psychoanalyse als solche konstruiert wurden. Ach so, weil sie von vornherein so konstruiert wurden. Genau, das kann man so, ich glaube, der fremde Freund von Christoph Hain wäre ohne Sigmund Freud, glaube ich, nie das geworden. Aber gut, wir schweifen da ab. Heinrich von Kleist lebte 1777 bis 1811. Er ist also nur 34 Jahre alt geworden, aber wichtig zu wissen, wir sind also in der Zeit der Aufklärung, der Weimarer Klassik, dann der beginnenden Romantik, um das einfach mal so literaturhistorisch auch ein bisschen zu verorten oder ideengeschichtlich zu verorten. Er wurde 1777 in Frankfurt an der Oder geboren und zwar in eine Familie Pommerschen Uradels. Das heißt, das Geschlecht derer von Kleist, die gibt es schon seit 1240, 50, 60 in dieser Drehe. Also seit Mitte des 13. Jahrhunderts. Das ist ein weit zurückreichender Stammbaum. Und innerhalb dieser Familie, also nicht seit dem 13. Jahrhundert, aber Jahrhunderte zurückreichend, gibt es die Familientradition, dass die Söhne oder die Männer dieser Familie Militärlaufbahnen einschlagen. So hat das auch Kleists Vater getan und so hat das dann Heinrich von Kleist selber auch getan. Der wird quasi ab 1792 Teil des preußischen Regiments Garde zu Potsdam. Bevor das aber passiert, ist der Vater von Heinrich von Kleist, der auch Heinrich von Kleist hieß, das ist verwirrend, deswegen sage ich immer nur der Vater. Ich glaube, er hatte noch mehrere Vornamen natürlich, aber einer davon war Heinrich. Der Vater des Autors Heinrich von Kleist. Heinrich Senior. Heinrich Senior. Ja, der war Offizier in der preußischen Armee und nicht einfach nur irgendein Offizier, sondern er war der bis zuletzt am längsten dienende Offizier der preußischen Armee, hat aber irgendwann im Laufe seiner Karriere keine Beförderung mehr bekommen und hat auch vom preußischen König, keinem anderen als Friedrich II., also Friedrich der Große, gesagt bekommen, dass er sich um weitere Beförderungen gar nicht mehr bemühen braucht und auch nicht mehr darauf hoffen braucht. Da gäbe es keine Kapazitäten für ihn. Und das, obwohl er ein so altgedienter Offizier war. Und er hat Heinrich Senior etwas sehr Interessantes getan. Er hat dem König, wie gesagt, Friedrich dem Großen, einen Brief geschrieben, in dem er sagte, er mag vielleicht über sein Leben verfügen, nicht aber über seine Ehre und hat dann gebeten, hat dann gebeten, aus dem Militärdienst ehrenhaft entlassen zu werden. Das ist ein sehr, sehr mutiger Move gewesen für die damalige Zeit. Der König hat ... Vor allem, wenn man dem König sagt, du verfügst nicht über meine Ehre. Übrigens würdest du mich bitte ehrenhaft entlassen. Denn wenn du es nicht machst, dann bin ich nämlich unehrenhaft entlassen. Oder halt zumindest, also dass er ihn aus dem Militärdienst entlässt. Aber er wird, ich weiß es nicht genau, aber er wird irgendwie schon nicht einfach so gekündigt haben, sage ich mal. Er ist ja immerhin auch der am längsten dienende Offizier gewesen. Ob der König dann bei der Verabschiedung dabei war, ich wage es zu bezweifeln. Aber das ist jetzt echt Spekulation. Jedenfalls, das Interessante ist, dass der Vater sich gegen, also doch recht mutig sozusagen, gegen den König behauptet hat und dann seinen Abschied selber genommen hat. Dem wurde entsprochen, der König hat es darauf beruhen lassen, Inwieweit die Familie von diesem Zwist wusste, ist nicht gesichert. Aber dass der Vater schon so ein frühes Exempel in Heinrich von Kleists Leben war, für Selbstbehauptung und sich nicht von den Obrigkeiten einfach so unterbuttern zu lassen, das kann man, glaube ich, sagen. Das ist, glaube ich, gesetzt. Und Heinrich von Kleist hat das allerdings extrem auf die Spitze getrieben und hat es dann auch in Kohlhaas, seiner umfangreichsten Novelle oder seiner umfangreichsten Erzählung durchexerziert bis zum Letzten. Also ich kenne mich jetzt im militärischen Kontext nicht so gut aus. Aber ich würde sagen, man könnte das natürlich jetzt auch interpretieren als ein frühes Exempel von jemandem, der einfach glaubt, er hätte Anspruch auf was. Also wieso? Ich weiß es nicht. Ist es denn so im Militär, dass nur weil du lange dabei bist, du immer weiter befördert wirst? Also aus anderen Kontexten würde ich jetzt sagen, du wirst befördert, wenn du zum Obergeneral oder was weiß ich, zum Feldwebel oder so. Nee, nicht zum Feldwebel. Zum Feldmarschall zum Beispiel. Das ist, glaube ich, ein hoher Dienstgrad. Befördert, wenn du die militärischen Fähigkeiten hast und nur weil du schon seit 55 Jahren dabei bist, musst du nicht automatisch weiter befördert werden. Ich glaube, das geht einher. Ich glaube, mit wachsender Erfahrung hat man die Befähigung. Aber vielleicht war er kein so guter Selbstsoldat. Er war ja dann kein Soldat mehr. Er war ja Offizier. Er war sogar im Majorsrang, glaube ich. Aber vielleicht, weiß ich auch nicht. Na gut, also wie dem auch sei. Also jetzt in der Militärhistorie habe ich mich jetzt nicht so genau eingelesen. Also ich fand es auf jeden Fall interessant, dass er da so ein Exempel für Entschlossenheit und Selbstbehauptung gegen die Obrigkeit gesetzt hat, das in der Familie irgendeinen Nachhalt auf jeden Fall gefunden hat. Und wie gesagt, das Thema Selbstbehauptung und Entschlossenheit spielt dann eben für den Fortlauf der Biografie von Heinrich von Kleist, dem Sohn, dem Dichter, insofern eine große Rolle, als dass er zwar seinen Militärdienst erst mal leistet, auch länger verpflichtet natürlich, auch eine Offizierslaufbahn anstrebt. Er nimmt Teil unter anderem an der Belagerung von Mainz, ist an diversen Gefechten im Ersten Koalitionskrieg gegen Frankreich beteiligt und schafft es eben auch tatsächlich in den Offiziersrang, ist aber zunehmend unzufrieden im Militärdienst, weil er einfach anfängt, die zeitgenössischen Philosophen zu lesen, Kant, Wieland, was ganz entscheidend für ihn sein wird, und einfach so etwas ausbringt wie ein Individualitätsgefühl und eine subjektive Weltsicht. Das heißt, er beißt sich irgendwann im Laufe der Zeit immer mehr damit, dass er sich einfach nur Obrigkeiten unterzuordnen hat mit seinem individuellen Streben nach geistiger Vervollkommnung. Das ist so ein hohes Ideal gewesen. Das ist kein hohes Ideal des Soldatenberufs unbedingt. Nee, das ist überhaupt nicht. Das steht ihm eigentlich total entgegen. Das führt auch schon mal zu so einer ersten kleinen Lebenskrise. 1795 sind wir da. Also da ist Heinrich von Kleist 18 und sein ebenfalls 18-jähriger Cousin, Karl von Pannwitz, der auch in der Armee war, der bringt sich um. Aufgrund von, ach, hier sind in den Quellen, glaube ich, akuter Schwermut oder irgendwie sowas. Und das kann durchaus, also dieser Suizid des Cousins, kann durchaus als Signal an Heinrich gewertet werden, weil die beiden sich nämlich zum gemeinsamen Suizid verabredet hatten eigentlich. Das mal im Hinterkopf behalten, der gemeinsame Suizid und Heinrich von Kleist, das zieht sich spätestens seit dem 18. Lebensjahr durch die Biografie. Das ist ja leider häufig so, also auch in Familien mitunter. Also wenn man manchmal so Familiengeschichten hat, wo über Generationen dann auch der Suizid weitergegeben wird quasi, weil irgendjemand anfängt, es zu enttabuisieren und dann sich Muster wiederholen und ja, genau. Also die Unzufriedenheit mit diesem Militärdasein, die wächst und wächst und dann 1799, also im Alter von 22 Jahren, ersucht dann eben auch Heinrich von Kleist, den König, ihn aus dem Militärdienst zu entlassen. Das wird, dem wird nicht gleich stattgegeben. Tatsächlich muss er da einige Prüfungen über sich ergehen lassen, ob er sich das denn auch alles gut überlegt hat, etc., etc. Und dann könnte man vielleicht sogar schon sagen, wirklich gut überlegt war das nicht, denn er geht dann in eine freie Existenz, die von da an, also die zwölf Jahre, die er da noch zu leben hat, nie mehr auf irgendein gesichertes Fundament kommt. Sein Leben hat von da an keinen räumlichen Mittelpunkt mehr, keinen gesellschaftlichen Mittelpunkt mehr. Freunde kommen und gehen treibt sich eigentlich selbst durch seinen Charakter, der als sehr schwierig, als sehr sprunghaft, einerseits sehr verschlossen, andererseits sehr impulsiv und streitlustig empfunden wird, immer mehr ins soziale Abseits. Und das macht es auch sehr schwer, obwohl wir jetzt nur noch von elf oder zwölf Jahren Lebensgeschichte ab da reden, diese Biografie stringent nachzuerzählen. Es gibt verschiedene Stationen, er macht Reisen nach Paris, er ist eine ganze Zeit lang in Dresden, er ist eine ganze Zeit lang in Berlin, er hat versucht, in der Schweiz ansässig zu werden als Landwirt, was auch scheitert so. Er ist mal verlobt mit einer Wilhelmine. Diese Verlobung wird unnötigerweise zweieinhalb Jahre aufrechterhalten, in eine Zeit, in der er dem Schwiegervater in Spee verspricht, in Lohn und Brot zu kommen, obwohl er das gar nicht will. Er will gar keine Festanstellung als zum Beispiel preußischer Beamter haben, was durchaus im Gespräch ist, sondern er hat eigentlich, erst will er freier Wissenschaftler, Universalgelehrter werden, dann will er immer wieder Schriftsteller werden, dann legt er das wieder zu den Akten, wie gesagt, probiert sich in der Landwirtschaft, dann kommt er zurück zum Schriftstellerberuf. Das Leben… Er findet keinen Anker. Er findet überhaupt keinen Anker. Das Leben ist vollkommen unstetig und vollkommen zerklüftet, ganz einfach, was auch damit einhergeht, dass er merkt, dass dieses Ideal der persönlichen Vervollkommnung, dem er entgegenstrebt, dem er auf der Grundlage dieser unbedingten individuellen Freiheit entgegenstrebt, dass das nicht funktioniert, dass dieses Ding nicht aufgeht, ohne materielle Grundlage zum Beispiel nicht und auch nicht ohne die gesundheitliche Grundlage, die er auch nicht hatte. Denn er war ein höchst nervöser, also psychisch gesehen ein höchst nervöser unsteter Geist und er war auch körperlich dem Verfall preisgegeben. Er hatte ganz, ganz sehr mit Rheuma zum Beispiel zu kämpfen und andere körperliche Gebrechen, die natürlich durch dieses sehr stressige Nomadenleben, immer durch Existenzängste geprägt, sich nie stabilisieren konnte und nie besser wurde. Also was ich daran raushöre, unter anderem ist, dass er auch gebrochen wurde davon, dass er sich an einem abstrakten Ideal festgeklammert hat. Total. Ich sage das jetzt mit Hinblick auf das Buch, über das wir gleich sprechen werden. Natürlich, natürlich, ganz klar, ganz klar. Und es gab immer wieder so diese Widersprüchlichkeiten in Kleists Leben, dass er einerseits höchst abhängig davon war, dass er Gönner gefunden hat, in welcher Hinsicht auch immer, also nicht nur als Schriftsteller, sondern er hat auch versucht, als Verleger von Zeitschriften und Herausgeber von Zeitungen sich einen Namen zu machen oder eine Existenzgrundlage zu schaffen. Auch da brauchte er ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwie Verleger oder irgendwie Mäzene, die das Ganze unterstützen. Aber er ist dann aber nicht zu Kreuze gekrochen, sondern er hat sich da eben auch immer dann versucht, natürlich mit seinen eigenen Ideen zu behaupten. Es gab dann so eine Menge Reibereien. Man könnte für dieses kurze Leben unzählige Begegnungen, unzählige Namen ins Feld führen von Leuten, mit denen er sich überworfen hat. Unter anderem mit Goethe selbst, den er für das Scheitern des zerbrochenen Krugs, die Uraufführung in Weimar, verantwortlich gemacht hat, bis hin zu Ifland, dem berühmtesten Schauspieler und Theaterdirektor seiner Zeit in Berlin, mit dem er sich auch kurz gesagt einfach verschissen hat. Und dann auch gegen Ende seines Lebens, was vielleicht sogar zwischenzeitlich ganz aussichtsreich war, als er schon recht viele Stücke geschrieben hatte, da irgendwie als Theaterdichter irgendwie ins Repertoire aufgenommen zu werden. Also nichts hat geklappt, weil er sich irgendwie auch selbst im Wege stand, dass seine Prinzipien angingen. Da hebe ich gleich den Finger, sich selbst im Wege stehen, was die eigenen Prinzipien angeht. Das wird uns bei Michael Kohlhaas auch wieder begegnen. Genau, danke. Und so endete das irgendwie, wie das enden musste, hat man fast das Gefühl. Er ist immer depressiver geworden, immer verzweifelter geworden, materiell immer unabgesicherter geworden. Und so endete dann sein Leben, also es soll nicht zynisch klingen, aber man muss fast sagen, folgerichtig in diesem Suizid, den er dann mit dieser Brieffreundin Henriette von Vogel, nur Henriette Vogel, ohne von Henriette Vogel verübt hat, am kleinen Wannsee, der dann auch noch paradoxerweise zu den bestdokumentierten Episoden seines Lebens gehört, weil es wohl Augenzeugen tatsächlich an der anderen Uferseite gab. Ach was, ach was. Ja, die haben sich quasi, da gab es so ein kleines Café am Ufer des Wannsees und in diesem Café haben die sich quasi einen Kaffeetisch auf die andere Uferseite gestellt, um dort quasi so eine Art Abschiedskaffee trinken zu zelebrieren, die beiden und dann haben sie sich erschossen. Die Kaffeebetreiber am anderen Ufer haben sich, das war im November, ja, im November 1811, es war Sauwetter und die haben sich gewundert, warum die unbedingt draußen ihren Kaffee einnehmen wollten und haben dann auch eben immer mal geguckt, was ist denn da drüben am Ufer los und irgendwann waren die nicht mehr zu sehen und nur noch Schüsse zu hören. Und dann kam ja auch relativ bald tatsächlich ein Arzt herbei, Obduktionsbericht und so weiter. Also das ist dann paradoxerweise sehr gut überliefert, wohingegen man zum Beispiel, kleine Anekdote noch am Rande, manchmal ganze so Episoden von sechs Monaten gar nicht rekonstruieren kann, weil man bis heute nicht weiß, wo sich Kleist da eigentlich aufgehalten hat. Oder er war auch mal in Paris für zwei, drei Wochen verschwunden, obwohl er da mit einem Freund zusammen, einem deutschen Freund zusammen auf Reisen war oder zusammengelebt hat und dieser Freund ist ab einem gewissen Zeitpunkt jeden Tag in die Leichenhalle, ins Leichenschauhaus in Paris gegangen, weil er fest damit gerechnet hat, dass er ohnehin gerufen wird, um ihn zu identifizieren. Also das so als kleinen Einblick in dieses turbulent Leben von Kleist. Man kann das, es ist dann doch recht gut dokumentiert, man kann das in vielen Biografien nachlesen. Es gibt auch gute biografische Podcasts zu Heinrich von Kleist. Also ich würde sagen, für Blauburt und Ginster reicht das erst mal für heute. Ja, wow, hat eine faszinierende Geschichte. Also vieles davon wusste ich tatsächlich noch nicht. Vielen Dank dafür schon mal. Und liebe Leute, ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch diese Folge bis jetzt gefällt, dann haben wir noch jede Menge mehr Hörstoff für euch. Schaut mal in unserem Archiv vorbei. Wir haben, wir haben es schon gesagt, jetzt noch nicht so viele Folgen zur deutschen Klassik gemacht, aber wir haben, gut, das ist auch keine Klassik, aber wir haben eine Folge zu ETA Haufenmann gemacht, das Fräulein von Sküderie. Christa Wolf, habe ich schon angesprochen, hat auch mit Kleist zu tun, kein Ort nirgends. Und daneben auch noch jede Menge andere wunderbare Folgen. Ihr findet die alle in unserem Archiv auf www.blaubartundginster.com. Und wenn euch die Sendung gefällt, dann könnt ihr außerdem uns zum Beispiel bei Spotify oder wo auch immer ihr die Sendung hört, eine kleine Bewertung, eine positive Bewertung dalassen. und das wäre sehr schön. Oder ihr könnt uns sogar einen Zollgroschen digital in die Tasche stecken und zwar bei paypal.me schrägstrich blaubartundginster. Dafür danken wir. Wir danken auch für alle Zuschriften, für alle Unterstützung, die wir bekommen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Das freut uns wirklich extrem. Gerade über die Fanpost werde ich manchmal echt nicht fertig. Das ist wirklich toll. Lieber Ralf, kurze Frage, bevor du uns erzählst, worum es eigentlich in Michael Kohlhaas geht. Wir machen jetzt sechs Jahre Blaubart und Ginster. Das könnte sein. Oder sogar noch etwas länger. Wie viele Jahre muss ich jetzt eigentlich warten, bis ich nach dieser Heinrich von Kleist Sendung meine Goethe oder Georg Büchner Sendung bekomme? Das kommt drauf an. Was willst du denn lesen von Goethe? Wir können nachher mal bei einem Bier darüber verhandeln. Na, ich könnte schon auf den Wärter gehen, glaube ich. Auf den Wärter. Okay. Na, vielleicht. Oder Faust. Oder Faust, ja. Wir können doch erstmal Wojzeck einschieben. Wojzeck mag ich sehr gern. Okay. Wojzeck mag ich sehr gern. Da hätte ich nichts dagegen. Mal sehen, was die Hörer so sagen. Und die Hörerinnen. Soll ich dir trotzdem was erzählen über Michael Kohlhaas oder wie? Macht das. Okay. Also, ihr Lieben und Mario. Worum geht es eigentlich in dieser Novelle? Einer der ersten Novellen wie in deutscher Sprache. Ist das richtig, Mario? Habe ich das irgendwo gelesen? Wenn man es als Novelle kategorisieren will, dann ja. Ich habe aber ehrlich gesagt immer nur von einer Erzählung gehört in der Fachliteratur. Aber ich habe auch nicht alles gelesen. Dann bin ich auch für Erzählung. Das klingt doch gut. Und vor allem, was wir gleich erfahren auf der ersten Seite unter Michael Kohlhaas steht, aus einer alten Chronik. Richtig. Und da gibt es vielleicht auch was zu erzählen. Also, ich will jetzt nicht hier von mir die ganze Zeit ablenken wieder. Aber kennst du diese Hintergrundgeschichte mit der Chronik? Ja, ich kenne. Wo er diesen Stoff her hat. Ich kenne diese Hintergrundgeschichte, ja. Also, es liegt diesem Fall Michael Kohlhaas ein realer Kriminaljustizfall zugrunde, nämlich der von Hans Kohlhase, der Bürger zu Köln war. Das war damals noch eines der versprengten Dörfer, aus denen dann später Berlin entstanden ist. Ja, also es ist mir schon bekannt. Das ist ja eben auch in der Mitte des 16. Jahrhunderts verortet, wie dann eben auch die Erzählung. Genau, also Mitte des 16. Jahrhunderts, da befinden wir uns. Die Hauptfigur ist ein Pferdehändler namens Michael Kohlhaas. Der wird auch gerade am Anfang immer als Rosskamm bezeichnet, was ich sehr charmant finde. Also, das hat mich schon mal sehr gefreut, diese vielen wunderschönen alten Worte, die ich ewig nicht mehr gelesen habe. Also, ich habe dann auch im Duden Rosskamm nachgeschlagen. Und das ist natürlich ja eigentlich ein Objekt sozusagen, mit dem das Pferd gepflegt wird. Und durch den Duden habe ich also erfahren, dass, wenn man das Wort auf einen Pferdehändler anwendet, dass das auch so ein bisschen spöttisch ist. Ach echt, ja? Ja, und das finde ich ganz süß, dass Kleist ihn am Anfang immer als der Rosskamm Michael Kohlhaas vorstellt. Ich kannte ihm nur das Wort, also bei Kleist jetzt natürlich Rosskamm. Ich habe das ja auch mehrfach schon gelesen. Aber davor war mir das immer nur als der Rosskämmerer oder der Rossekämmerer bekannt. Aber aus einer späteren Zeit quasi. Also nicht aus der frühen Neuzeit, sondern so Barock oder irgendwie sowas. Ja. Naja, und er, Michael Kohlhaas, hat also in Brandenburg, da spielt die Geschichte, oder in Brandenburg und Sachsen, aber er hat in Brandenburg eine Meierei, einen Meierhof. Auch darüber habe ich mich sehr gefreut, über dieses Wort, als ein Bauern gehöft. Und dieses Gehöft trägt auch noch den schönen Namen Kohlhasenbrück. Auch darüber habe ich mich immer gefreut, wenn dieses Wort fiel. Na gut, also unser Michael Kohlhaas befindet sich auf dem Weg nach Sachsen und ist jetzt schon in Sachsen. Dort will er einige Pferde verkaufen. Er will dort Handel treiben. Und er wird auf dem Weg von einem Schlagbaum aufgehalten. Von einem Schlagbaum, den er gar nicht so kennt an dieser Stelle. Der Schlagwärter erklärt ihm, dass es einen neuen Herrn auf der nahegelegen Burg gibt. Den alten Burgherrn kannte er, mit dem hat er sich immer gut verstanden. Jetzt gehört diese Burg dem Junker Wenzel von Tronka. Und naja, die plaudern so ein bisschen. Kohlhaas zahlt den Zollgroschen, den man also zahlen muss und will schon weiterziehen. Da kommt der Burg Vogt dazu und verlangt von Kohlhaas einen Passierschein. Richtig. Und der Kohlhaas hat noch nie was davon gehört, dass er einen Passierschein braucht. Er hat gesagt, ich bin hier schon so oft durchgekommen, ich brauchte noch nie einen Passierschein. Und ich verfolge sozusagen die Rechtslage. Ich bin eigentlich informiert darüber, ich habe davon nichts gehört. Na gut, es kommt hinzu, der Burgherr, der Junker Wenzel von Tronka und auch ein paar seiner Freunde kommen dazu. Und die sind auch schon so ein bisschen angeheitert, habe ich das Gefühl. Ja, die kommen von der Jagd und sitzen irgendwie so beim Becher. Ja genau, beim Becher, genau so wird es auch gesagt, genau. Ja, die schauen sich das an, die schauen sich vor allem die Pferde an, finden, die sind sehr beeindruckt von den Pferden, die der Rosskamm dabei hat. Vor allem zwei Pferde finden sie sehr gut. Der Kohlhaas ist ja ein guter Geschäftsmann, der wittert so, dass er hier vielleicht ein Geschäft machen könnte, will mit denen handeln, nennt ihnen den Preis. Aber der Preis ist ihnen zu hoch. Sie wollen doch nicht kaufen. Allerdings sagen Wenzel von Tronka und seine Junker schon, wert sind es die Pferde auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Die beiden Pferde, auf die sie es nämlich abgesehen haben, zwei Rappen, also schöne schwarze Pferde, sind nämlich schon die Ferraris, die er so dabei hat. Ja. Naja, und er bietet dann an, also er sagt, ich bin sowieso auf dem Weg nach Dresden, da kann ich zum Stadtrat gehen und mir einen Passierschein holen und auf dem Rückweg würde ich euch dann einfach hier den Passierschein vorlegen. Und ja, darauf lassen sie sich ein, allerdings mit einer kleinen Bedingung. Man sagt, na, einen Pfand solltest du schon hier lassen. Wir wissen ja nicht, ob du wiederkommst. Und als Pfand, lass mich überlegen, die zwei Pferde. Wie überraschend. Wie überraschend, genau. Und ich glaube, der Kolas, ich weiß nicht, ob er so ein bisschen Verdacht schöpft, aber jedenfalls, er will sich auch nicht mit denen verderben, habe ich den Eindruck. Also gerade auch als Geschäftsmann, ne. Und er lässt, er lässt sich darauf ein, er lässt die Pferde dort und er lässt einen Knecht dort, der sich um die Pferde kümmern soll. Ja. Ich würde gar nicht so sagen, dass er sich mit den Leuten nicht verscherzen will, sondern es ist, glaube ich, gerade am Anfang wird immer wieder betont, dass er eben auch ein ziemliches Rechtsempfinden hat. Und man darf halt nicht vergessen, er ist als brandenburgischer Händler im Ausland unterwegs. Das stimmt, er ist im Ausland, du hast recht. Das heißt, er ist ja sehr, er ist ja sehr in seinen Umgangsformen auch darauf bedacht, immer dem Recht zu entsprechen und möglichst korrekt zu handeln. Deswegen lässt er sich, ohne viel zu hinterfragen, eigentlich gar nicht zu hinterfragen am Anfang, auf die Bedingungen des Wenzel von Tronka ein, denn er ist ja Gast in diesem Land. Ja. Naja, und er zieht weiter durch das Land, er zieht nach Dresden und geht da seinen Geschäften nach und geht dann irgendwann zum Stadtrat wegen des Passierscheins. Und ja, die Stadträte, ich glaube, die rollen so ein bisschen mit den Augen und denken, ach, der wurde ja reingelegt offensichtlich. Es gibt nämlich gar kein Gesetz, das vorschreibt, dass er einen Passierschein braucht. Genau. Er brauchte den überhaupt nicht. Ja, und nicht nur das, der Wenzel von Tronka hat auch gar kein Recht, ein solches zu erheben. Ja. Und naja, aber jetzt ist er einmal da, die Stadträte stellen ihm dann trotzdem irgendein Schriftstück aus und schicken ihn damit wieder auf den Weg. Es sind ein paar Wochen vergangen, wie gesagt, er hat gute Geschäfte gemacht in Dresden. Er kommt jetzt wieder zur Tronkenburg, also zur Burg des Wenzel von Tronka, auch darüber habe ich mich sehr gefreut, über dieses Wort. Und ja, zeigt dem Burgvogt den Passierschein, der kommentiert das gar nicht weiter. Und als er dann eben seine Pferde wieder bekommen will, das Pfand wieder auslösen will, da sieht er, dass die Pferde nicht mehr in demselben Zustand sind, in dem er sie vor ein paar Wochen da dort gelassen hat. Sie sind, wie Kleist schreibt, abgehärmte Meeren geworden. Richtig. Das heißt, die wohlgenährten Rappen sind zu Kleppern verkommen. So ist es. Und er sagt Kolas natürlich gleich, das sind nicht die Pferde, die ich euch hinterlassen habe, die werde ich nicht mitnehmen. Und Wenzel von Tronka kommt mit seinen Junkern mal wieder gerade angeritten und ist wieder in guter Laune und sagt, wenn der Hans Arsch die Pferde nicht mitnehmen will, dann soll er sie eben hier lassen. Und das ist so eine schöne Stelle, denn es wird ja nur mit H...A... abgekürzt. Aber das ist eine gängige Beleidigung in zu Kleistischen Zeiten gewesen. Ach was. Der Hans Arsch. Okay. Okay. Naja, und das macht er dann auch erstmal, also er weigert sich, die Pferde mitzunehmen, er lässt sie dort, er kehrt zurück nach Kohlhasenbrück und dort findet er den Knecht, den Knecht namens Herse, genau, den er dort gelassen hat, eigentlich bei den Pferden und ist erstmal auch ein bisschen empört. Was soll das? Wieso bist du nicht mehr bei den Pferden geblieben? Weißt du, was aus den Pferden geworden ist? Und der Knecht erklärt ihm dann, dass die Pferde also zur Feldarbeit gebraucht wurden. Das sind natürlich Pferde, die gar nicht dafür da sind. Das sind Reitpferde. Das sind Reitpferde, ganz genau. Und die wurden jetzt also zur Feldarbeit gebraucht und sie mussten in einem Schweinekoben stehen. Nein. Sie haben nicht in einem Pferdestall gestanden, sondern in einem Schweinekoben. Das ist natürlich auch nicht artgerecht. Und ja, der Knecht wollte dann eigentlich irgendwann mit den Pferden verschwinden. Das haben aber leider die Männer gemerkt. Der Burgvogt, der Verwalter, die haben ihm den Weg abgeschnitten, haben ihn verprügelt, haben die Pferde behalten und haben ihn davon gejagt. Kleine Korrektur, Ralf. Er wollte nicht verschwinden mit den Pferden. Der wollte die Pferde nur waschen. Der hat die Pferde zum Fluss geführt, wollte sie waschen. Und der Wenzel von Tronca und der Burgvogt, die haben gesagt, ah, du willst mal abhauen oder was? So nicht. Okay. Also, es ist wegen dieses Unrechtsbewusstsein, bin ich da gerade sehr sensitiv, glaube ich, was diesen Text angeht. Okay. Wenn es darum gegangen wäre, die Pferde zu stehlen, hätte man schon Mario Osterland holen müssen, mit dem man ja, wie ich schon sagte, Pferde stehlen kann. Stets zu diensten. Na gut. Und jetzt, wo also Kohlhaas diese Information hat, ist er natürlich endgültig auch überzeugt davon, dass ihm hier ein Unrecht geschehen ist, was ja auch tatsächlich so ist. Und daraufhin strengt er einen Gerichtsprozess in Dresden an, gegen den Junker Wenzel von Tronca. Was er fordert, ist eigentlich sehr vernünftig. Er fordert, dass der Junker die Pferde wieder gesund füttern soll, also wieder in den Zustand bringen soll, in dem er sie erhalten hat. Und er soll die Kosten für die Behandlung des Knechts übernehmen, den er verprügelt hat oder hat verprügeln lassen. Nun war es schon damals so, dass so ein Gerichtsprozess ganz schön lange dauern kann. Und auch Kohlhaas muss jetzt ein Jahr fast warten, bis er endlich Antwort aus Dresden bekommt. Und als er die bekommt, schreibt man ihm, dass seine Klage abgewiesen wurde. Und uns wird dann so mitgeteilt, also offenbar leben in Dresden Verwandte von Wenzel von Tronca. Die haben sehr schöne Namen, die heißen Hinz und Kunz von Tronca. Dieser klein ist wie ein Schell. Wirklich, wirklich. Hinz und Kunz von Tronca. Und denen ist es also offenbar gelungen, Einfluss zu nehmen und das Gericht zu überzeugen, diese Klage abzuweisen. Also nochmal ein Unrecht, das hier geschehen ist. Ja und unser Kohlhaas ist jetzt verbittert. Er sagt, die Gesetze hier schützen mich nicht. Und dann passiert aber, ist für mich auch schon der erste Wendepunkt in dieser Geschichte. Denn ihm ist das Unrecht geschehen. Die Gesetze waren da nicht auf seiner Seite. Aber es ist eben auch so, er ist eigentlich, ist der Kohlhaas in einer ziemlich privilegierten Situation. Er ist eigentlich in einer guten Situation. Er ist ein Rosshändler, ein Pferdehändler, der wohlhabend ist. Er hat seine Meierei, er hat eine Familie, er hat seine Frau, er hat zwei Kinder, glaube ich. Oder mehrere, glaube ich. Mehrere Kinder, eine ganze Schar von Kindern. Aber all dieses Glück, das er eigentlich in seinem Leben hat, verblasst. Denn wichtig ist ihm also dieses Unrecht, das ihm da widerfahren ist. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob der Kleist zu seiner Zeit schon manchmal mit Ironie abgearbeitet hat, wenn er zum Beispiel über den Kohlhaas sagt, seine von der Welt wohlerzogene Seele. Also für mich war das schon, und das kommt schon zu diesem Zeitpunkt, für mich begann das schon, es in Ironie so ein bisschen umzuschlagen. Ich weiß es nicht. Naja, es ist, wenn ich da vorgreifen darf, das ist natürlich erstmal nicht nur Ironie an der Figur, sondern Ironie an den Umständen. Denn, naja, wenn die Seele an der Welt erzogen worden ist, dann muss man sich natürlich erstmal fragen, in welchem Zustand ist denn überhaupt die Welt? Und dann ausgehend vom Zustand der Welt, was für einen Zustand der Seele kann man denn dann erreichen, wenn man von dieser Welt erzogen wird? Spoiler Alert, keine eindeutig, keine eindeutig einzuordnende Seele. Denn du hast ihn jetzt ja anfangs als sehr unsympathisch und eine negative Figur charakterisiert. Naja, also ich würde sagen, es gibt viele, viele Regalmeter von Sekundärliteratur, die sich genau damit auseinandersetzen, dass diese Zuschreibung gar nicht so eindeutig ist. Naja, also wir müssen auf jeden Fall gleich noch über den Kohlhaas als Figur, das würde ich auch gerne mit dir besprechen. Aber ich glaube, damit die Hörerinnen und Hörer das auch beurteilen können, müssen wir noch ein kleines bisschen mehr von der Geschichte erzählen. Denn jetzt kommt eigentlich so ein entscheidender Wendepunkt. Der Kohlhaas überlegt jetzt nämlich, sein Hof zu verkaufen. Und er macht es einfach so, also das ist nicht so, dass er das mit seiner Frau irgendwie bespricht oder so. Er lädt einfach einen potenziellen Käufer ein, stellt seine Frau, Lisbeth heißt die, vor vollendete Tatsachen. Die ist natürlich total entsetzt davon, dass hier also das Leben, das sie sich gemeinsam aufgebaut haben, dass er das einfach so wegwerfen will, wegen so einer, seien wir mal ehrlich, Lappalie. Das ist auch sehr interessant, wie er dann mit dir umgeht. Der ist nämlich ein ganz manipulativer Typ. Also heute würde man sagen, er gaslightet sie im Grunde. Also er sagt ihr dann sowas wie, lieber ein Hund sein, wenn ich von Füßen getreten werden soll, als ein Mensch. Ich bin gewiss, dass meine Frau hierin genauso denkt. Und sie traut sich halt nicht zu sagen, nee, ich würde gern das Leben, das wir uns aufgebaut haben, behalten und nicht nur, weil dein Ego gekränkt ist und dir ein Unrecht geschehen ist, aber ganz im Ernst, eins, das jetzt nicht so schlimm ist, hier unser Leben verlieren. Und dann sagt er später sogar allen Ernstes noch, Gott hat mich mit Weib und Kindern und Gütern gesegnet. Ja, ganz genau, Michael. Aber das ist nicht das ganze Zitat. Gott hat mich mit Weib und Kindern und Gütern gesegnet. Soll ich heute zum ersten Mal wünschen, dass es anders wäre? Wow. Naja, wow. Und die Frau ist also am Boden zerstört. Die muss also die ganze Zeit gegen die Tränen kämpfen. Und er sagt ihr, okay, er will noch ein was versuchen. Er will eine Bittschrift an den Kurfürsten von Brandenburg verfassen. Und die Frau, die jetzt also schon so unter Druck gesetzt ist, will jetzt hier doch wieder zeigen, dass sie dabei ist quasi im Team Kohlhaas und erklärt sich jetzt bereit, diese Bittschrift an den Kurfürsten zu überbringen. Und zwar mit einem bemerkenswerten Vorschlag, wie ich finde, der das, was du gesagt hast, ein bisschen relativiert. Okay, na dann bitte. Sie macht den Vorschlag, ja, ich bringe das Gesuch an den Kurfürsten von Brandenburg persönlich hin, denn ich habe da noch so einen alten Lover in der Staatskanzlei. Und bin ja überhaupt irgendwie so vielleicht auch ganz ansehendig und kann da vielleicht etwas erwirken. Also das ist dann schon wieder auch, ich weiß nicht, ob man das als modern bezeichnen kann, zumindest modern, dass das gleich in den Text reingeschrieben hat. Aber da versucht sie ja dann schon wieder das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen, oder? Ja, ganz genau. Sie versucht es dem Verrückten aus der Hand zu nehmen und versucht. Ja, gut, ja. Aber weißt du, was das ist? So kann man es auch sehen, ja. Ich finde es gut. Wir haben im Grunde hier zwei parallele Leseerfahrungen, die wir, glaube ich, gut erzählen können. Ja, und damit sind die Leseerfahrungen noch nicht erschöpft, was diesen Text angeht. Wahrscheinlich, ja. Naja, und was jetzt passiert, das ist auch sehr, sehr unglücklich. Sie geht also nach Brandenburg und als sie diesen Bittbrief übergeben will, da gerät sie in eine Menschenmenge und die Wachen, die den Kurfürsten bewachen, die haben so ein bisschen Angst, dass die Menschenmenge dem Kurfürsten zu nahe kommt, sie eben auch. Und deswegen eine der Wachen versetzt ihr dann einen Stoß und zwar mit dem Schaft der Lanze. Und dieser Stoß verursacht also eine schwere Verletzung bei ihr. Sie kehrt dann zurück nach Kohlhasenbrück, aber sie ist so schwer verletzt, dass sie in den nächsten Tagen, also wenige Tage später, verstirbt tatsächlich an dieser Verletzung. Und auch das ist eine sehr interessante Szene. Es wird dann natürlich ein Priester geholt und sie liest also noch in der Bibel und sie hat dann letzte Worte an ihren Mann. Und die lauten, vergib deinen Feinden. Tue wohl auch denen, die dich hassen. Und sie drückt ihm dabei und schaut ihn an und stirbt. Und Kohlhas, das erste, was er denkt, nachdem seine Frau ihre letzte Bitte an ihn gerichtet hat, lautet, So möge mir Gott nie vergeben, wie ich dem Junker vergebe. Das heißt also, er hat im Moment, in dem seine Frau stirbt, schon entschieden, ihren letzten Wunsch zu missachten. Er weiß selber am besten, wie er jetzt ihr Andenken, weiß ich nicht, wiederherstellen soll oder so. Nicht so, wie sie es gewünscht hat, sondern er weiß es besser. Eigentlich geht es doch gar nicht so sehr um ihr Andenken. Nee, genau, das ist ihm egal. Er lässt sie zwar wie eine Fürstin begraben, wie es im Text heißt, aber dann bricht eigentlich die Hölle los. Denn es geht, dann ist eigentlich die Frau schon fast vergessen und er geht auf seinen persönlichen Rachefeldzug. Man muss schon sagen, dass der Kohlhas, gut, sein Frauenbild ist eine andere Sache, aber dass er bis dahin wirklich sich an Recht und Gesetz gehalten hat. Er hat versucht, den damals gültigen Rechtsweg vollends auszuschöpfen. Das Unrecht, das ihm widerfahren ist, ist ihm auf sächsischem Gebiet passiert. Er hat versucht, beim sächsischen Kurfürsten alles zu unternehmen, was Recht und Gesetz eben erlaubt. Er hat sich sogar an seinen Landesherrn, den Kurfürsten von Brandenburg, gewidmet. Das endete mit dem Tod seiner Frau. Er ist schon auch unter einem ziemlich persönlichen... Ja, aber der Kurfürst nicht, also der Kurfürst ist ja nun auch nicht direkt verantwortlich für den Tod der Frau. Nein, 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 aber ich will nur sagen, die Ereignisse führen halt dazu, dass auch der persönliche Druck auf ihn immer mehr wächst. Denn der Kohlhas, das darf man nicht vergessen, ich will ihn damit nicht in Schutz nehmen, aber es ist ein Aspekt seiner Persönlichkeit, so stark und selbstbewusst, der auch immer dargestellt wird, er weint zweimal im Text. Und er wird wirklich depressiv und er vertraut sich sogar dem Nachbarn, dem er das Grundstück verkaufen will, dahingehend an. Und das finde ich schon ziemlich bemerkenswert. Er hat also nicht nur für einen Mann des 16. Jahrhunderts, sondern auch eingeschrieben in eine Männerfigur in einem Text von 1810. Es ist schon ziemlich... Also mach es dir nicht so einfach mit dem Kohlhas. Na gut, also was macht denn jetzt der Kohlhas? Er bewaffnet einige Männer, das sind vor allem seine Knechte, glaube ich, am Anfang, wenn ich das richtig gelesen habe. Er bewaffnet sie und die Kohlhas-Bande reitet zur Tronkenburg. Da wollen sie den Junker Wenzel von Tronka finden. Der ist allerdings nicht dort. Und was machen sie? Sie zünden die Burg an. Sie ermorden den Burgvogt. Sie ermorden den Verwalter. Und alle anderen, die dort sind. Sie ermorden deren Frauen. Sie ermorden deren Kinder. Ganz recht. Wegen zwei Pferden, die nicht in demselben Zustand zurückgebracht wurden, indem er sie abgegeben hat. Oh, da höre ich aber schon eine starke persönliche Wertung. Ja, das ist eine starke persönliche Wertung. Also deswegen, das ist jetzt vielleicht ein guter Punkt, um das zu erklären, warum ich den Kohlhas so unsympathisch finde. Das ist ein Unrecht geschehen. Das ist überhaupt keine Frage. Dieses Unrecht bedroht in keiner Weise seine Existenz. Der Hof, er verliert den Hof nicht. Seine Familie, das Leben der Familie ist nicht bedroht. Er muss sich nicht irgendwie zur Wehr setzen, weil er sonst vernichtet wird oder weil die Menschen, die er liebt, sterben könnten oder so. Das steht nicht auf dem Spiel. Ihm wurde ein Unrecht getan und er wurde gekränkt. Sein Ego wurde gekränkt. Er setzt sich zur Wehr jetzt, weil es ihm nicht reicht zu wissen, dass er im Recht ist. Er will jetzt die Welt zwingen, ihm zu sagen, dass er im Recht ist. Und solche Menschen sind mir sehr unangenehm. Also das ist, was mich schaudern lässt an dieser Tatsache. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass diese Figur in Deutschland als Vorbild galt. Dass also dieses Denken im Absoluten, das nicht an den komplexen Zusammenhängen der Wirklichkeit orientiert ist. Dass das so glorifiziert wurde da. Was dann natürlich aber später im Text begründet ist, denn das ist ja nur der Anfang seines Rachefeldzugs. Er scharrt ja dann im Laufe der Zeit immer mehr Menschen um sich her. Also er verfolgt diesen Wenzel von Tronca durchs halbe Land. Nach Wittenberg und nach Leipzig. Er zündet Wittenberg an, er zündet Leipzig an. Sie brandschatzen und morden. Genau, und darunter teilt sich das Volk in zwei Parteien. Er kriegt immer mehr Anhänger, die aus, und jetzt kommt es, aus allgemeiner Unzufriedenheit über die Verhältnisse, die der Kurfürst von Sachsen etabliert hat, schließen sie sich an, weil sie sich denken, endlich sagt es mal einer. Das ist die Frage, Mario. Endlich zeigt mal einer denen da oben, wo es lang geht. Und das ist die Frage. Ich habe mich gefragt, wie viele von den Männern, die sich Michael Kohlhaas anschließen, wollen eigentlich auch einfach nur ein bisschen mit Brandschatzen. Weil das ist ja schon eine ganz gute Gelegenheit, jetzt auch mal zu Brandschatzen. Genau. Und dann gibt es eben aber auch die andere Fraktion, die dann immer lauter wird und auch so auf den Kurfürsten einwirkt und sagen, mein Gott, dann lass dem Michael Kohlhaas doch um Gottes Willen sein Recht, damit das aufhört. Und dann ist das Dilemma nämlich da. Wenn was macht man? Knickt man vor Kohlhaas ein, dann kann sein Fall Schule machen. Das heißt, jeder kann die Zivilbevölkerung terrorisieren auf der Grundlage seines eigenen Rechts- oder Unrechtsempfindens oder was? Genau. Das ist die Frage. Ich will nur noch kurz sagen, also das, was mir wirklich unheimlich ist, sind Menschen, die keinen Zweifel daran haben, das Recht zu besitzen. Ja, klar. Das ist wirklich sehr, sehr unheimlich. Ja, was passiert übrigens, und das ist auch noch ganz interessant, der Kohlhaas, während er da auf seinem Mordzug ist, verbreitet er auch so Plakate, auf denen er sich als Stadthalter Michaels des Erzengels bezeichnet. Das ist natürlich diese Hybris, die von Seite zu Seite sich immer mehr steigert, dass er eigentlich nicht nur ein übersteigertes Rechts- und Unrechtsempfinden hat, das immer mehr vom Gesetz abweicht und immer mehr in subjektive Auslegungen kippt, sondern dass er sich auch noch in einen religiösen Wahn steigert und sich eben als der Racheengel, der Erzengel Michael, und der historische Hans Kohlhaas wurde nicht umsonst Michael Kohlhaas genannt, dass er sich also reinsteigert, der legitime Erbe vom Erzengel Michael zu sein. Ja. Und auch die Anmaßung seines Verhaltens aber heftig tadelt. Und dann, und das trifft den Kohlhaas. Das trifft ihn sehr, ja. Und er macht dann, er schleicht sich dann zu Luther, also er geht inkognito, zieht dann nochmal nach Wittenberg, schleicht sich zu Luther und hat ein Gespräch mit Luther und handelt dann eigentlich eine Art Deal mit Luther aus. Nämlich, dass er, dass Luther sich dafür einsetzen soll, dass sein Verfahren in Dresden wieder aufgenommen wird und wenn das passiert, wird Kohlhaas die Waffen niederlegen und seine Bande entwaffnen und sozusagen, ja, aufhören mit dem Plünder. Das Verfahren, die Pferde betreffen, das darf man, das muss man. Das Verfahren, die Pferde betreffen, das ist sehr wichtig, genau. Denn was jetzt passiert. Denn das gerät nämlich immer mehr an Vergessenheit im Laufe der Handlung. Genau, es geht um das Verfahren, was die Pferde betrifft und deswegen ist auch das, was als nächstes passiert, das ist für mich wirklich total verblüffend gewesen, dass nämlich der Kuhfürst und das Gericht von Sachsen einen großen Fehler machen. Also erstmal sie sagen, ja, wir nehmen das Verfahren wieder auf und dann gewähren sie dem Kohlhaas Amnestie. Ja. Und ich habe gedacht, wieso? Es gibt doch überhaupt keinen Anlass dafür. Vor allem, weil er das ja nicht mal gefordert hat. Er wollte ja nicht mal Amnestie haben. Sie gewähren ihm Amnestie und das kann natürlich nur nach hinten losgehen und so wird es auch. Naja, sie gewähren ihm, naja, Amnestie gewähren sie ihm deshalb, weil sie den Landfrieden wiederhergestellt sehen wollen. Das ist halt der Punkt, weil wenn sie ihm Amnestie auf sächsischem Gebiet gewähren, verzieht er sich wieder so, so die Theorie, verzieht er sich wieder nach Brandenburg und der Landfrieden ist in Sachsen wiederhergestellt. Und was der dann mit seinem Zorn in Brandenburg macht, das ist dem brandenburgischen Kuhfürsten unterstanden. Okay. Das ist zumindest meine Lesart. Das könnte sein, das könnte sein, ja. Ich glaube, die wollen ihn einfach nur abschieben. Ja. Naja, und er wartet nun auf seinen Prozess, der wieder aufgenommen wird und dann passiert auch noch was Interessantes, auf das ich auf jeden Fall noch kurz zu sprechen kommen will. Es werden nämlich die Pferde gefunden. Ja, also man hat die Pferde gesucht, diese zwei, die sind jetzt inzwischen im Besitz des Abdeckers von Döbeln, der damit jetzt also nach Dresden kommt und diese Pferde auf dem Markt hinstellt sozusagen, weil er sie da abgeben will. Dummerweise hat er überhaupt keine Ahnung, was das für Pferde sind. Nein, nein, genau, er weiß das gar nicht. Aber interessant ist, jetzt versammelt sich eine Menschenmenge und die sehen jetzt diese klapprigen Pferde da stehen. Und auf einmal wird den Leuten bewusst, wie lächerlich der Anlass für all diese Verbrechen ist. Und die Stimmung, du hast gesagt, die Stimmung war nicht unbedingt nur gegen Kohlhaas, aber ich glaube, zu diesem Zeitpunkt schlägt die Stimmung in Dresden nochmal ziemlich gegen Kohlhaas um. Das ist, wie heißt es im Text, das sind also die Gäule, an denen der Frieden des Reiches zugrunde geht. Genau, genau. Sprachlich, also es ist wirklich, das habe ich glaube ich in früheren Sendungen schon mal gesagt, sprachlich gesehen ist das für mich nach Franz Kafka die beste deutsche Prosa, stilistisch gesehen. Nein, also Heinrich von Kleist, da sind Sätze drin, da gehe ich auch beim dritten, vierten, fünften Mal lesen in die Knie. Das finde ich gut, dass du das ansprichst, dazu wollte ich auch was sagen. Ich weiß, dass dir der Stil von Kleist so gefällt. Ich denke, ich weiß nicht, ob du mir zustimmen wirst oder nicht. Ich glaube, man müsste aber doch fairerweise sagen, also auch wenn man dem Buch sehr zugeneigt ist, dass die Sätze recht verklausuliert sind. Es gibt einen Grund dafür. Ich will nur mal kurz ein Beispiel sagen, nur damit man weiß, was ich meine. Du hast ja kurz am Anfang was vorgelesen. Und übrigens, nur damit man mir nicht unterstellt, ich hätte jetzt hier was rausgesucht, das meine These stützt. Ich habe das alte Prinzip gemacht, durchzublättern. Ah, Stichprobe. Und ich lese euch jetzt hier nur als Beispiel einen Satz vor. Er rief den Freiherrn von Wenck, einen Bekannten, der über die Straße ritt, zu sich heran und trotzig, den Platz nicht zu verlassen, eben weil das Gesindel höhnisch auf ihn einblickte und mit vor dem Mund zusammengedrückten Schnupftüchern nur auf seine Entfernung zu warten schien, Um loszuplatzen, bat er ihn, bei dem Großkanzler Grafenwrede abzusteigen und durch dessen Vermittlung den Kohlhaas zur Besichtigung der Rappen herbeizuschaffen. Ich sage nicht, dass das unverständlich ist. Man versteht es. Aber es ist ein bisschen verklausuliert. Naja, eins fordert Kleist von seinem Leser halt schon. Das ist Aufmerksamkeit. Wir haben es bei Michael Kohlhaas mit 120 Seitentext zu tun. Und es ist wirklich ein Buch, wenn man auf einer Seite wegpennt, dann weiß man nicht mehr, was auf der nächsten Seite, wie die Verhältnisse sind. Das ist das Irre daran. Wir haben das Buch jetzt erzählt, ich würde sagen, die ersten zwei Drittel. Ja. Das ist so viel los. Also da kriegt man vielleicht auch einen Eindruck, was das für ein dichtgewebter Text ist, wie viel Action da einfach drinsteht und so. Also, und dieser sprachliche Stil, er wird zum Ende hin schlimmer, um das mal so salopp zu sagen. Ich glaube tatsächlich, blödes Wortspiel, aber Kleist hat sich zum Ende hin ziemlich vergaloppiert in dieser Geschichte. Okay. Inhaltlich wie auch stilistisch. Weil dieser Bandwurmstil, dieser Bandwurmsatzstil, der wird wirklich so, der wird überreizt, würde ich sagen. Aber für die ersten beiden Drittel gilt, glaube ich, schon, was Franz Kafka dazu gesagt hat. Das möchte ich dir gerne mal vorlesen. Ja, also angesichts von Kleist und dem Kohlhaas sagt Franz Kafka, das ist wirkliche Dichtung. Dabei ist die Sprache ganz klar. Sie finden hier keine Sprachschnörkel, keine Wichtigtuerei. Kleist ist kein Gaukler und Stimmungsmacher. Sein ganzes Leben verlief unter dem Druck der visionären Spannung zwischen Mensch und Schicksal, die er in einer klaren, allgemein verständlichen Sprache beleuchtet und festhält. Darum lese ich ihn immer wieder und wieder. Hier ist die Wurzel der modernen deutschen Sprachkunst. Also, das weiß ich nicht, ob man so weit gehen kann, einfache und für jeden verständliche Sprache. Ich dachte nämlich, du willst eigentlich auf was anderes hinaus. Vielleicht hast du das auch gelesen. Ich habe gelesen, also du siehst ein bisschen Sekundärliteratur, habe ich mir doch angeguckt, dass Kleist, weil es sich ja auch um einen juristischen Stoff handelt aus der Justizgeschichte, dass er auch versucht hat, die juristische Sprache einfließen zu lassen. Und den Eindruck hatte ich nämlich tatsächlich auch sehr stark. Und deswegen würde ich nun wieder ein bisschen kontern und sagen, das ist auch eine Geschmacksfrage. Und da kann man sich natürlich fragen, sozusagen, wie sehr genießt man es, Juristendeutsch zu lesen. Wenn man das schön findet, dann wird man seine Heidenfreude damit haben, auf jeden Fall. Wenn nicht, vielleicht nicht ganz so sehr. Ich glaube auch, dass Kafka hier ein bisschen übertreibt. Ich kann das aber von seinem Standpunkt her durchaus verstehen, was die Klarheit der Sprache angeht. Denn Kafka gilt ja auch als gemeinhin kompliziert zu lesen, was absoluter Quatsch ist, weil es gibt keine Fremdwörter bei Kafka. Alles, was bei Kafka beschrieben wird, ist vollkommen klar. Und auch wenn es lange Sätze gibt, sind diese langen Sätze vollkommen klar, wenn man sie nur konzentriert liest. Das ist nicht der Punkt. Das gilt hier auch. Und das gilt bei Kleist nämlich auch. Und beide haben eben diese Wahlverwandtschaft eben auch dieser juristischen Sprache, die natürlich auch ein Protagonist des Textes selbst ist. Denn allein schon an der Sprache gehen ja sowohl bei Kleist als auch bei Kafka die Leute, die ihr Recht ersuchen gegenüber der Obrigkeit, auch mit zugrunde. Weil einfach Edikte über sie erlassen werden, die sie gar nicht, die sie nicht verstehen können, die nicht lesbar sind, die sie nicht deuten können. Da kommt dann so eine metaphysische Ebene in den Text sozusagen. Was ist die Bedeutung hinter der Sprache? Und das Interessante und das Hochmoderne an Kleist ist, dass er diese metaphysische Ebene auflöst. Es gibt keine tiefere Bedeutung hinter den Vorgängen, die bei Kleist stattfinden. Das ist ein Move, den Kafka übernommen hat. Deswegen ist, es ist eine Auflösung. Darüber haben wir in der Folge über die Strafkolonie gesprochen. Richtig, genau. Es gibt keine Bedeutungsebene hinter dem Text, also keine Bedeutungsebene, dass man sagen will, wofür steht das jetzt, was hier passiert? Was bedeutet das? Was wollte uns der Dichter damit sagen? Der Dichter wollte uns damit sagen, dass die Welt genauso verworren und letztlich nicht eindeutig auszudeuten ist, wie wir das gerne hätten. Da gab es doch so ein schickes Germanisten-Wort, das du benutzt hast. Das hat mir sehr gefallen. Weißt du das noch bei Kafka? Angewandt auf Kafka ist das die leere Metapher. Ja, genau. Und angewandt auf Kleist ist das, glaube ich … Ja, das passt nicht auf Kleist. Das passt nicht auf Kleist. Das ist halt bei Kleist, denkt man, dass sich das Ganze auf so einer Symbolebene abspielt, gerade wenn dann später, da können wir heute nicht drüber reden, diese Zigeunerin ins Spiel kommt und so weiter, dass das auf so einer Symbolebene sich abspielt. Aber diese Symbole bedeuten eben auch nichts, sondern sie sind innerhalb des Textes einfach das, was sie sind. Ja. Und das ist eben das, was die Wahlverwandtschaft zwischen Kleist und Kafka ausmacht. Unzählige Generationen von Literaturwissenschaftlern und Hermeneutikern haben sich die Zähne daran ausgebissen, um zu dem Schluss zu kommen, dass auch hier bei Kleist wie bei Kafka alle Vorkehrungen getroffen wurden, dass der Text nicht auszudeuten ist. Es ist ein sehr moderner Ansatz, das Individuum in einer nicht mehr überschaubaren Welt darzustellen. Also nicht mehr, wie das vor der Aufklärung war, alles hat seinen Platz und Gott wird es schon richten, jetzt runtergebrochen, sondern das moderne Individuum sieht sich als Spielball willkürlicher Kräfte ausgesetzt. Das ist, glaube ich, so eine Prothese, die man so beim Lesen tatsächlich so anlegen kann, um einfach zu verstehen, dass man nicht alles verstehen muss, was vorgeht. Denn Kohlhaas versteht es auch eigentlich gar nicht, was ihm alles widerfährt. Ja. Ja, ist interessant. Also ich habe viel noch über das Buch nachgedacht und ich habe vor allem über das Recht nachgedacht. Und ich glaube, was für mich so im Zentrum meiner Überlegungen dazu jetzt nochmal steht, ist die natürlich nicht neuer, aber doch mir jetzt nochmal klarer gewordene Erkenntnis, dass das Recht immer klüger sein muss als der Einzelne, weiser sein muss als der Einzelne, klüger als sowohl der Rechtslose als auch der Entrechtete. Und es darf sich nicht durch Empathie für die Opfer blind machen lassen. Und das ist was, das ich glaube auch bis zu einem gewissen Grad auch für uns jetzt nicht Juristen, sondern normale Menschen gilt. Wir und auch in der Gegenwart finde ich das sehr häufig. Es gibt einen Unterschied zwischen Empathie und Sympathie. Die Empathie möchte dasselbe fühlen wie der andere. Und ich glaube, es ist schon auch sehr menschlich, dass wir sehen, dass irgendwo Unrecht geschieht und wir Empathie mit den Entrechteten haben wollen und, also dass irgendwie ein Verbrechen geschieht, sagen wir mal, und wir wollen Empathie mit den Opfern haben. Aber es gibt eben auch einen sehr guten Grund, warum die Opfer von Verbrechen nicht festlegen, was die Strafe der Täter ist. Ja, heutzutage nicht. Heutzutage nicht, ja, weil sie das Maß verlieren. Und wir, wenn wir sozusagen Empathie haben und dasselbe fühlen wollen, besteht die Gefahr, dass wir ebenso das Maß verlieren und vielleicht in der Diskussion darüber gar nicht hilfreich mehr sind. Deswegen, das ist so ein Gedanke, den ich aus dem Kohlhass abgeleitet habe. Manchmal ist es vielleicht besser, Dingen mit Sympathie zu begegnen, wo man auch Dinge nachvollzieht, aber trotzdem noch eine gewisse Objektivität ward als diese Empathie, zum Beispiel mit jemandem wie Kohlhass. Ich bin Gott froh, dass du das jetzt so ausgeführt hast, denn was gerade aus dir gesprochen hat, war das Rechtsempfinden des 20. und 21. Jahrhunderts, das vollkommen legitim ist, auf diesen Text anzuwenden, weil wir ja als gegenwärtige Leser dieses Rechtsempfinden und diese Rechtsgrundlage quasi in uns tragen und verinnerlicht haben. Und das ist auch der Punkt, was diesen Kohlhass so zeitlos macht. Und deswegen wird er auch in 300, 400, 500 Jahren noch als Buch gelesen und diskutiert werden. Aber das ist eben nicht die Zeit, in der das Buch geschrieben wird und nicht die Zeit, in der das Buch spielt. Du hast ein ganz interessantes Detail gesagt, dass die Empathie für die Opfer darf die Justiz nicht blind machen. Oder sozusagen nicht voreingenommen machen. Sie muss blind bleiben, wenn wir jetzt bei Justiz ja in dem Bild sind. Genau, aber als du vorhin diesen ersten Überfall von Kohlhass und seiner Truppe auf die Tronkenburg erwähnt hast, könnte man den Eindruck bekommen haben, dass ich das legitim finde, dass der da alle niedermetzelt, weil ich da nicht so energisch widersprochen habe. Das Interessante ist an dieser Sache, dass für das 16. Jahrhundert gesehen, Kohlhass da noch nicht mal komplett im Unrecht ist. Denn das ist eine ganz interessante Geschichte. Im 16. Jahrhundert gab es nämlich das Federecht. Und dieses Federecht hatte mit der Justizrechtsprechung nicht direkt etwas zu tun. Das Federecht war dann legitimisiert, wenn der normale Rechtsweg ausgeschöpft war, der Kläger aber noch kein Recht bekommen hat oder sich noch im Unrecht wähnte. Dann konnte er das Federecht ausrufen. Das galt zum Beispiel, wenn, sagen wir mal, Person A verklagt Person B auf Schadensersatz. Person B, das Urteil wird über ihn gesprochen. Er wird zu Schadensersatz verurteilt und er zahlt nicht. Dann kann man innerhalb von drei Tagen das Federecht aussprechen. Und dann sind der Justiz nicht die Hände gebunden, aber dann gibt es einen anderen Ermessensspielraum. Das ist die eine Rechtsauffassung, die wir haben. Federecht des 16. Jahrhunderts. Und nach diesem Federecht handelt Michael Kohlhass viel, viel länger rechtmäßig, als wir das heute empfinden würden. Und darüber liegt das philosophische Rechtsempfinden von Heinrich von Kleist aus der Zeit um 1800. Kant, Wieland, etc., etc. Was ist ein moralischer Mensch? Wie handelt das Individuum in der Gesellschaft richtig? Gesellschaftsvertrag Thomas Hobbes, etc., etc. Das wird darüber gepinselt sozusagen. Nicht gepinselt, das wird eigentlich eingewoben. Das wird verflochten. Und darauf kommt jetzt der Leser des 20. und 21. Jahrhunderts mit seinem jetzigen Rechtsempfinden und seinen ganzen gescheiterten Idealvorstellungen der Moderne und so weiter und so fort. Und so wird sich das immer weiter weben. Und das elektrisiert mich beim Lesen und beim Nachdenken über diesen Text. Okay, okay. Naja, das verstehe ich schon. Also wenn ich jetzt vielleicht noch so ein klein abschließendes Fazit sagen kann. Interessant fand ich, dass du nochmal diese Verbindung zu Kafka gezogen hast. Daran habe ich mich nämlich auch erinnert, während ich das gelesen habe, dass du das schon mal erwähnt hast, dass die für dich so in einem Zusammenhang stehen. Und ich muss sagen, für mich stehen sie jetzt auch in einem Zusammenhang. Alles, was du über die beiden gesagt hast, ergibt für mich Sinn. Aber sie stehen für mich jetzt auch als privater Leser sozusagen mit meinen eigenen Vorlieben und meinem eigenen Temperament jetzt auch in einem Zusammenhang. Denn auch bei Kafka ist es für mich so, dass was mich vor allem fasziniert daran, sind die Szenarien, die er entwirft. Die Figuren, die Fragen, die das aufwirft. Also vor allem die Szenarien und die Fragen eigentlich, die das aufwirft. Und der Ideenwert, den ich da sehe und der mich irgendwie anregt. Weniger mich persönlich die Sprachkunst. Das ist bei beiden gleich. Ich habe vorhin schon mal gesagt, Juristen-Deutsch und so weiter. Naja, wie gesagt, ich glaube, selbst wenn man das Buch mag, muss man sagen, die Sätze sind ein bisschen verklausuliert. Ich persönlich, das ist jetzt aber rein subjektiv, würde sagen, in meinem Eindruck ist es manchmal an der Grenze zum Bürokraten-Deutsch. Und was mir fehlt dabei, ist eben diese transzendente Qualität von Poesie, der Sprachzauber im Grunde. Ich wage das auszusprechen, im Kafka-Jahr. Es ist nämlich immer noch Kafka-Jahr. Übrigens, nebenbei gesagt, es ist auch Joseph Conrad-Jahr. Und vielleicht könnte man auch neben Kafka und Christ auch Joseph Conrad nochmal lesen, Herz der Finsternis. Das wäre so ein Gegenentwurf für mich, wo ganz viel über diese transzendente Qualität der Poesie geht. Wo auch um Selbstgerechtigkeit und eine eigene Rechtsprechung, Rechtsauffassung geht. Genau, genau. Also das ist sozusagen, das wäre jetzt vielleicht der kleine Einwand, den ich als persönlicher Leser dagegen habe. Aber was ich sagen muss ist, ich habe wirklich viel über das Buch nachgedacht nach meiner Lektüre. Ich habe mich dabei erwischt, im Bett zu liegen und nachzudenken über Fragen, die dieses Buch aufgeworfen hat. Das glaube ich dir. Das lässt eigentlich kalt. Und das, mein lieber Mario, das passiert nur bei Büchern, die gelungen sind. Ja. Das, kein Buch, das nicht gelungen ist, würde das auslösen. Also das wäre so mein Fazit. Was soll ich da als Fazit noch hinzufügen? Das ist ja wirklich. Also, wie gesagt, ich will ohne Kleist, vor allem ohne den Kohlhaas, kein Kafka. Man darf das nicht vergessen. Also sowohl Kleist als auch Kafka sind leider so Autoren geworden, die sehr viel über ihre Biografie rezipiert werden und irgendwie weniger über ihre Werke, habe ich das Gefühl. Und Kafka, so sehr ich ihn verehre, war auch kein isoliertes Genie. Auch der hat sehr viel gelesen und hat sehr viel Ideen aus Lektüre und nicht nur seinem persönlichen Leiden am Vater oder seinem Juristenberuf gezogen. Wenn man den Kohlhaas gelesen hat, versteht man, glaube ich, nicht versteht man, aber kriegen der Prozess und das Schloss nochmal eine andere Dimension, wie ich finde. Sprachlich, ja, ich sehe, weil für mich geht ein Zauber tatsächlich aus von solchen, tja, wie soll ich sagen, von so einer Präzision, die Präzision in einer Sprache für Sachverhalte, die eigentlich eine Brutalität ausdrücken, also eine Brutalität, die auch den Figuren inne wohnt, wie zum Beispiel Kohlhaas oder wie gewissen Richtern oder Kastellanen im Schloss und im Prozess. Das ist schon etwas, das macht mich schon ziemlich an. Aber das ist doch voll interessant. Also jetzt wäre es doch eigentlich interessant, wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt das Buch mal lesen und sehen, wo sie mehr stehen. Sind sie mehr Mario oder mehr Ralf? Sind sie mehr Blaubart oder mehr Ginster? Das ist die Frage. Nee, also wie gesagt, durch den Kreis lesen auf jeden Fall. Das sollten wir machen, ja. Und was wir noch machen sollten, ist uns ein bisschen sammeln, ein bisschen runterkommen und noch einen kleinen Song zum Schluss hören. Ja, der auch ein bisschen mit Rechtsprechung zu tun hat. Sehr gern, ja. Ich habe ja so eine, durch dich glaube ich, so eine ähnlich schulige Vorliebe für Akustik-Cover auf YouTube entwickelt und da habe ich was ganz Erstaunliches gefunden. Also ich habe nach diesem Song für die Sendung gesucht und war erstaunt, dass es überhaupt Cover gibt. Geschrieben im Original von Pucifer, eine Band um Maynard James Keenan. Der Song heißt The Remedy und ein finnischer Gitarrist namens Miko Kilpinnen hat das gecovert und das finde ich ziemlich treffend für den Abschluss dieser Sendung. Ja, cool. Ich finde es spannend. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.